Herzlich Willkommen hier beim Wheel of MMA Podcast. Wir müssen heute über einen der besten Rematches des Jahres sprechen. Und das ist nicht Conor vs. Porrey 3. Dementsprechend wünsche ich euch viel Spaß bei dieser Episode. Lasst aber vorher gerne noch einen Daumen nach oben da, wenn euch dieses Video gefällt. Oder ein Abo oder ein Follow by Spotify oder eine Bewertung bei iTunes oder, oder, oder. Ihr kennt das Ganze ja bereits. Aber ich wollte diese Episode eigentlich den Rückkampf des Jahres nennen. Der UFC Rückkampf des Jahres. Und dann ist mir eingefallen, hey warte mal. Im Juli kämpft Conor McGregor gegen Dustin Porrey. Das ist eigentlich so der Rückkampf des Jahres. Es sei denn, wir sehen Ende des Jahres Khabib gegen McGregor 2. Aber man darf ja wohl noch träumen. Aber ich möchte heute unbedingt über Davidson Figueredo vs. Brent Moreno 2 sprechen. Einfach aus dem Grund, dass das das Co-Main-Event vom nächsten UFC-Pay-Per-View ist. Jetzt am 12. Juni in zwei Wochen. Und wir dürfen nicht vergessen, dass Nate Diaz dem Ganzen gerne die Show stehlt. Denn Nate Diaz gegen Leon Edwards, das wird ein Fünf-Runden-Fight. Leute, ich glaube sowas gab es absolut noch nie. Die UFC hatte für Nate Diaz schon eine Ausnahme gemacht. Und hat gesagt, okay, du bekommst den Co-Main-Event-Spot. Und obwohl es kein Titelfight wird, wird dieser Fight fünf Runden. Jetzt macht die UFC eine noch viel größere Ausnahme. Und sagt, hey, du bist nicht mal das Co-Main-Event. Und du bekommst trotzdem fünf Runden. Ein ganz normaler Main-Cutfight. Nicht mal Main oder Co-Main. Fünf Runden. Nate Diaz stehlt dem Ganzen ein bisschen die Show. Im Main-Event haben wir ebenfalls ein Rematch. Marvin Vittori gegen Israel Adesanya. Die beiden trafen schon mal gegeneinander. Und die beiden trafen schon mal aufeinander. Und damals konnte Marvin Vittori zwar nicht gewinnen. Aber landete zumindest eine Split-Decision. Split-Decisions sind immer sehr, sehr knapp. Denn dort wissen wir, ein Judge hat dem Verlierer, dem späteren Verlierer, diesen Kampf gegeben. Zwei Judges dann dem späteren Gewinner. Wie dem auch sei. Brandon Moreno gegen Davison Figueredo 2 ist in meinen Augen einer der geilsten Kämpfe, die uns erwarten. Warum? 2020 war das in meinen Augen der Fight des Jahres. Wir haben zwei Kandidaten für den Kampf des Jahres 2020. Das ist einmal Johanna Janjajic gegen Weili Zhang. Das war im März. Und einmal Brandon Moreno vs. Davison Figueredo. Und das war ein so geiler Fight. Leute, Figueredo und Moreno haben fünf Runden lang Gas gegeben. Volle Pulle. Beide unermüdlich. Sauerstoff ohne Ende. Und die beiden haben sowas von Gas gegeben. Und das war im Endeffekt ein Unentschieden. Es war ein Unentschieden. Vor allem auch, weil Davison Figueredo einen Punktabzug bekommen hat. Ja, das muss man schon sagen. Figueredo kämpft gerne mal mit ein bisschen schmutzigen Tricks. Und Figueredo ist eben manchmal so ein bisschen dirty, was das angeht. Das heißt, er lässt sich gerne Zeit. Er lässt sich gerne Zeit, wenn eine Runde vorbei ist. Low Blows und so weiter und so fort. Am Käfig festhalten. Das ganze Arsenal. Was soll's. Jetzt sehen wir aber den Rückkampf zwischen den beiden. Und man spricht zu selten darüber, wie geil Brandon Moreno vs. Davison Figueredo 1 war. Und deshalb, Leute, wenn ihr euch auf den nächsten UFC-Pay-Per-View freut. Ja, freut euch gerne auf Adesanya und Vittori. Freut euch auf Nate Diaz und Leon Edwards. Aber vergesst mir nicht, wie geil Figueredo gegen Moreno wird. Und dann war's das mit dieser Episode. Folgt WeLoveMMA bei Instagram. Und damit hören wir uns auch beim nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal.